moin meine herz allerliebsten mitarbeiter der stadtverwaltung in gestacht das ist ein dörfchen oder eine stadt in der nähe vom östlichen hamburg ne bergedorf die ecke da ich bin selber bei euch groß geworden wir hatten user was zukommen lassen und zwar etwas was mir selber aufgefallen ist und das lasst mich kurz rechnen schon vor 15 bis 16 jahren ist mir es auch schon aufgefallen ja dreimal auf die raten was ich meine und auf dem weg nach hause oder zur arbeit selber da schon mal rüber marschiert nee da habt ihr glück gehabt da seid ihr beknackt oder was für jeden dreck gebt ihr geld aus für jeden scheiß da wird ein bus eine stelle gebaut die keine sau benutzen kann weil die straße gar nicht für busse ausgelegt ist da werden 1000 euro rausgeschmissen aus fetzer aber mal die gullideckel in ordnung bringt aber habt ihr eine marmel oder was dann kriegst du einen blutdruck wenn du da rüber marschierst dann stößt du dir doch ein schädel oben an der fahrzeugdecke mann selbst wenn du angeschnallt bist da ist ein nightrider hier kate ist überhaupt nichts dagegen mit seinem turbo boost mann geht gleich wieder hoch und kopf hier echt hidebackring richtweg wenn da ein kratzfahrer runter fährt und er kommt über so einen gullideckel der macht einen abflug seines lebens mann der rutscht die nächsten 300 meter auf der arschritze mann und wenn er eine jeanshose an hat dann hat er die hose unter der haut kriegt er sich in den schädel rein oder was da kann man einen unfall bauen wegen sowas meine fresse nur macht doch mal diese scheiß gullideckel ordentlich vor 15 jahren bin ich selber in gistart hab ich gewohnt und oder noch länger als 15 jahre bin ich auch moped gefahren und bin ich so einen scheiß da auf die fresse gefallen drei wochen gelegen mit der schrift von der ampein nur ganze warte aufgewesen na gut dann habe ich kurze hose gefahren selber schuld aber trotzdem macht die ordentlich da die gullideckel kann wohl nicht so schwer sein bisschen dörner rumzuschmieren oder was meine fresse nur sonst wird auch über alles gefleckt auf den straßen wie sieht das überhaupt aus so überall flecken da der rumpel 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 mann da frage ich aber doch geht's auch da kann ich mir neue stoße verkaufen mann du echt seht zu dass ihr die scheiß gullideckel ordentlich macht in der behörde das komme ich mal zu euch können wir uns doch mal drüber unterhalten da kann ja wohl nicht wahr sein oder seht zu dass ihr die 2,50€ dafür auch darüber habt und macht das ordentlich meine fresse nur seht doch keine sauenkopf mehr aus hier nur 4,50€